hallo zusammen herzlich willkommen liebe leute zu onkelklo im universum und ihr seht hier ist schon betrieb was der minion hier geladen hat natürlich nur mist ich war ein bisschen fleißig ich habe immer ein bisschen rum und rum repariert aber irgendwie wollen manche blöcke hier einfach nicht trocknen ich habe festgestellt wir sind wieder steine nachgesporn die herumstanden wie da drüben und dann verschwinden hier die ecken die kanten von den vom fußboden komisch muss sich reparieren ich habe dann noch mal den den spawn stein weg gemacht aber immer noch da also ich hatte den ursprünglich schon weg gemacht aber es war nachgesporn der stein verstehe ich nicht muss beobachten vielleicht wegen dem update oder so dann war ich fleißig unten im loch und hab gebuddelt aber mir ist der sprit ausgegangen das bedeutet für diese folge das ist auch schon wieder alle das ist schlecht wir suchen erstmal noch den schatz hier dann kurz zum händler den ganzen quatsch hier verschärbeln das tue ich drüben beim händler in die forge rein ja schatz holen ich habe es mir aufgeschrieben sprit besorgen in der wüste also öl brauche ich noch muss ich mir mal noch hier in der chemie bank zusammen knöpern mal schnell mal gucken was brauchte ich dafür eine chemie station ach vorteil so ein quatsch gut doch nicht so ein quatsch zack quantenphysik töpfchen hammer röhrchen hammer ein brennendes fass fass eisen und holz also noch bestimmt genügend jawohl dann erstmal ein fass bitte fertigen das brennt dann auch schon so das kommt weg ich bin da im falschen ding chemie rohre tüpfchen messbecher ein messbecher und die röhrchen das da haben wir auch genügend wie wir wollen das sparen 20 so chemie und go so röhrchen rein das kommt da rein das blöde bier kommt da rein und da ist ja noch mehr zu fressen so aber jetzt dann händler hat noch nicht offen dann suchen wir uns noch ein paar schick mac nuggets der weile ich darf nicht mac nuggets sagen doch darf ich habe gemerkt ich habe noch welche gefressen gehabt in der nacht von diesen nuggets chicken nuggets und man wird irgendwie infiziert mit der zombie seuche davon warum muss ja antibiotika hinteressen so was keine nester das habe ich schon dann eben nicht ist ja gar nichts los ach übrigens ich habe die zombie anzahl erst mal auf 24 gestellt jetzt röhrt es wieder boah solche lecks waren das oder was auch immer das ist röhrler als vor zwei folgen die ganze folge abgestürzt ist und sich selber removed hat hier ist ein nest mit vier kückchen und lappen drin 20 da müssen wir mal kuchen backen so jetzt müssen die händler gleich offen haben ach die hatte ich gerade ok so mach die futzel an schade dass es nicht so eine rülpstaste gibt oder so wie früher bei gta das war die taste von der hupe vom auto und wenn man das dann zu fuß getestet hat dann hat er gerülpst oder einen ordentlichen ziehen lassen das werden wir sehen so das kommt weg das habe ich unten gefunden als ich worte sehr schön gibt es was für die kückchen drei so denn ja komm hier halt hinein damit damit es auch schneller geht gut so erst mal eisen und so und dann gehen wir jetzt erstmal das schätzt schätzkärtchen von jenny 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 gute städte band sehr gut und da wo der quickmarker ist da ist noch ein airdrop habe ich in erfahrung bringen können geht es erst dort hin ich habe immer noch keine vernünftige hose an nur noch die shorts das geht schon mal gut los das ist eigentlich auch mal wert zu looten aha man sehe so hier irgendwo oder und abwärts oh ne falscher knopf wieder mal wer rennt denn da unten und ein riesen teletubbies so oh die sieht schick aus aber die ist schlecht wer schreit hier rum hm ok dann fliegen wir in die wüste und wir fliegen erstmal zum schatz vielleicht kommen wir in der wüste dabei raus um öl zu holen und ich wollte dieses diesen öl hammer da diese pumpstation wie man das kennt aus texas oder so aus phil und aus heften aus porno heften diese diese öl pump hammer hammer oder was das auch immer ist die kann man ja machen hatte ich auch angesprochen glaube ich in der folge die gelöscht war das habe ich bei medias gesehen und die generieren über zeit irgendwelche gegenstände die angeblich aus der erde kommen das ist sehr interessant das muss ich mal testen jack pump jack oder so gucken spornmenü pump hier das äh ich glaube wir stürzen jetzt ab das ist das nächste projekt ja das ist das nächste projekt gut gehen wir erstmal zum schätzchen uh uh haha tiefstflug unterm radar match wieder falsche taste mit mir ist drückend heiß wie kann das sein was ist da los und jetzt fliege ich in schnee und da ist mir wieder eisekalt noch nicht wirklich drin hats finde ich aber seltsam dass die immer dass die schätze neuerdings auch in gebäuden irgendwo so einfach auftauchen Hm, jetzt muss ja jetzt das ganze Ding durch. So, erstmal schnell raus. Oh, Hilfe! Killermops. So, das war das. Erstmal eine kurze Heilung. Wir gehen in den Genuss einer Heilung kommen. Hören Sie mal, gehen Sie mal vom Hubschrauber weg. Hey! Das geziemt sich nicht. So. Jetzt ist die Frage, wo ist der Schatz? Mit drin. Äh, das ist ein Scheiß. Uh, mir gehen aber langsam die Woodframes aus. Hm. Hm, 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 hm. Was fliegt da? Ein Kräh. Das Krähn, die Krähn in der Nähe. Na? So, ist es auf dem Dach, oder? 15 Meter. Ich guck' erst mal vorsichtsam auf dem Dach. Uh, 30 Benzin, ja. Hm, hm, in der Nähe. Äh, hier. Ah, das ist, auf der einen Seite ist es ja okay, aber auf der anderen Seite ist es schon ziemlich seltsam. Und hat sich nicht mal gelohnt. Ich hätte lieber ein bisschen gebuddelt. Hm, hm. Okay, dann eben nicht. Ach, jetzt hab ich ja überhaupt nicht dran gedacht. Ähm. Um Öl zu abbuddeln. Okay, das ist, finde ich gut hier. Um Öl zu abbuddeln. Brauche ich... Ja, Öl. Also muss ich erst mal ein Auto ranchen, dass ich überhaupt in den Genuss komme zu buddeln. Hm. Blöde Machete. 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 So, jetzt. Benzin. Oh. Ich höre Hündchen. Oh. Ein großes grünes Hündchen. Dem muss ich erst mal entgegenwirken. Okay. So. Und für dich aber auch noch eine Kugel. Ach, so Quatsch. Das wollte ich doch. So. Noch ein bisschen Sprit. Aber die Blümchen haben sie schön gemacht, muss ich sagen. Jetzt seit dem neuen Update. Letzten Update. Hier. Hollebolle. Und Coruscantame. Und Goldenrod. Oh. Hübsch. Mhm. So. Die zwei Autos machen wir weg hier. Mhm. Irgendwann, wenn ich mal groß bin, dann nehme ich ja mal die chinesische Versiedlung auseinander. Oder Wuhan oder was weiß ich, wie das heißt. So. Zurück. Und Öl fördern. Äh, dort wohne ich. So. Mal gucken jetzt aus luftiger Höhe. Hm. Wo wir Öl haben. Hier. Hier. Perfekt. Sehr gut, Kaktus. Danke. Oh. 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 Ach, an. Und aussteigen. So, einmal Öl nachladen. Äh, Benzin. Es ruckelt wieder. So. Haben wir hier was, was wir nicht brauchen. Schön, Munition. Das finde ich sehr gut. Öh. Ja. Die Schaufel will ich nicht. Und sonst. Das auch nicht. Und die Bierdeckel nehme ich nicht. So. Schön. Öl. Warum blute ich? Was ist hier los? Das ging aber auch schon mal besser. Heilungspill. Keine dabei. Oh, da muss ich aber nachbessern. Ich kann nur die Bandage umsetzen. So. Wir wollen Öl. Und das, die, die HD-Urger hat so eine Reichweite. Sand können wir auch gebrauchen. Was ist das? Aha, da. Ach, das ist ein Traum. Ich denke mal, wenn man jetzt wieder normal Seven Days spielen würde. Und mit einer 1er Normal-Orga dort loslegen wollen würde. Äh, ich glaube, man würde aus Langeweile sterben. Plötzlich. Plötzlicher Langeweile-Tod. Frustration. Zu lange dauert. Ja, da werden wir mal ordentlich was mitnehmen hier. Habe ich den Miner, Miner schon ausgereizt hier? Hauptdarer, ja. Ach, ich brauche noch diese, die Mods, dass es schneller durch Stein geht und Eisen. So, den Sprit werde ich jetzt mal noch schön hier reinblasen. Oder rausblasen eher. Und da werde ich mal die Ölproduktion, also hier sieht es sich als Zutat Öl zu craften. Und Benzin ansetzen. Was ich noch nicht, was ich mir noch nicht klar bin, ist die Mods für die Fahrzeuge. Was da rein soll. Was da, ein Tank oder was kommt da rein? Ah, ich kann doch hier, kann ich das, kann ich handliche Blöcke herstellen? Recipe? Ne, kann ich noch nicht. Ich muss jetzt das Buch erst finden. So, na gut. Naja, die Ladung mache ich hier noch zu Ende und dann... Ach, Nitrat haben wir auch. So, sehr gut. Äh, lass mich hoch. Und ich mache mir mal eine Markierung hier auf die Karte. Äh, ich nehme dieses Ölnitrant. Sehr gut. Und zurück. Kann ich ja gleich nochmal zum Händler rennen, oder? Ich hätte doch... Hab da ja Goldklümpchen. Na ja, gut. Ist nicht so pralle. Aber sehr gut. Mit dem Hubschrauber. Zack. Mal schnell Öl holen. Zack. Zurück. Fertig. Bumm. Sauber gebrochen. Verfug. Zeig mal später. Sehr gut. Kann mir da jemand sagen, ob ich wirklich richtig liege mit meiner Annahme, dass das da so ein... Dieses Wursug lagert, dass das so eine Vernichtungsgeschichte sein soll, mit Gaskammer und so. Ob mein Eindruck stimmt, oder ob das einfach nur... Ob ich total auf dem Holzweg bin. So ist das schön. Und aussteigen. Aber ich gehe doch nochmal zum Händler. Ich habe ja noch so einen anderen Scheiß gefunden. Wie so ein Moped, Chassis und so. Brauche ich nicht. Muss ich später sowieso craften. Da könnten wir uns ja mal in der nächsten Folge dran machen. Ich würde ja gerne die, äh, die Farmer Quest machen, weil du da so eine geile, ein geiles Moped, äh, so eine geile Schrotze kriegst. So, das will ich nicht. Einen Tragschrauber, hm. So, habe ich noch? Habe ich noch. Weg. Weg. Und hier ist immer eine vernünftige Hose, die kann man anziehen. Solange bis ich... Das ist Motorradlenker. Hm, heb er mal auf. So. Kückchen. Gratitude. Gratitude. Dito. Aber hier, ihr reißt ja nicht. So, das finde ich sehr gut. Es geht das auch um nicht zügig. Spitze. So, machen wir das. Geil. So, da... Na. Trotz Ruckler. Trotz Ruckler. Ah. Oh, ja. Baby. So, seid ein Steinchen. Ah, immer bitte Nange, bitte. Sehr gut. Noch mehr Sand. So, hier sind die Steine. Na. Und da werde ich die anderen Steine mal hier reinkrachen. So. Feuer. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stahl. Mal erst mal genug. So. Zack. Das finde ich sehr gut. Mit den Batzen, äh, Buttons, Batzen auch. Äh, muss ich mal da rein tun. Das finde ich noch so ein bisschen doof. Aber, das ist wie sie es ist. Kükchen auch. Okay, wo hatte ich denn die Auto-Tile? Ach, rein. Bei mir herrscht Ordnung. Die Hose ziehen wir an. Das kann weg. So. Fine. Hm, die Chemie-Station. So, die Kisten sind... Ne, da ist noch was drin, ne? Mods. Habe ich... Was habe ich hier? Siehste, da kann man auch... Ach, das ist der Nippelgriff. Ja, das ist Quatsch. Brauche ich nicht. Das ist die gezähnte Klinge. Dann, zack, bam. So, die Orgo hat das. Dann kommt das noch dazu. Ja. Sehr gut. Es wird... Jetzt können die Kisten weg. Und dann stelle ich... Ach so, die hat ja eine 3. Hm. Äh, Chemie-Station. Hm. Hier... Da komme ich ja nicht mehr raus. Äh... Äh... Ja, ich habe eine Idee. Wird zwar ein bisschen eng hier, aber... Muss. So. Einmal Chemie. Ja. Das kommt... Da hinten. Sehr schön. So. Oh, ich muss Holz holen. Sonst wird das nix. Aber ich kann es erst mal anschmeißen. Ja, Benzin. Hm. Hm. Ach so, Öl ist wieder raus. Äh. Hier. Das ist ordentlich. Wie viele? Wir machen 10. 80 Minuten. Bast. Und mischen. Sehr gut. Das ist gut. Das geht vorwärts. So, Lappen weg. Och so. Und Pillen rausnehmen. Einmal rein. Hm. Hm. 7, 8, 9, 10. Äh. Und Getränke. Hm. Sehr gut. Jetzt gehe ich Holz holen. Ja, hier mal ein bisschen freiräumen. Ich weiß, mit einer Stahlachse geht es besser oder schneller, aber ich finde, hier ist die Schlaggeschwindigkeit. Wenn es um Türen geht und Kisten und so, das habe ich glaube ich schon, ja. Finde ich die Schlagfrequenz. Fachbegriffe. Besser. Ja. Ja, der Busch muss weg. Oh, was auch immer das ist. Kükchen. Hm. Ich will das jetzt auch nochmal versuchen, nochmal so ein Kükchen zu essen. Weg, weg, weg. Äh. Ob ich jetzt wieder die Kretze kriege davon? So, Holz. Wie sieht es damit aus? Sieht okay aus. Aber es ist eh nicht mehr so wichtig, Holz. Habe ich das Gefühl. Äh, ja. Erstmal einmal sowas. Und hier eins noch rein. Hm, hm, hm. Und Chicken. Chicken McNuggets. Jetzt bin ich gespannt. Es steht ja aber auch nicht da. Lebensmittelvergiftung. Nam, nam. Und ich hab's. Ich hab die Kretze. Die Chicken Nugget-Kretze. Leichte Infektion. Hm, hm, hm. Das ist das wie früher. Hm. Find ich ja doof. Und da fasse ich mich erstmal richtig voll. Mit Kükchen. Und da esse ich doch Honig hinterher. Da verballere ich doch nicht das, was ich... Was ich brauche für... So. Kükchenbraten. Esse ich da lieber Honig. Das geht auch. Und das. Und... Fat brauche ich für Chicken McNuggets. Äh, warum... Verstehe ich nicht. Warum ist das Holz getrennt? So, Chicken McNuggets. Go. Nur drei. Achso, ich hab hier noch welche. Die sind aber nicht agibig. Die Kükchen. So. So viel zu dieser Folge, liebe Leute. Das rötelt jetzt hier durch. Ich werde draußen noch ein bisschen ausbessern. Und hier weiter, äh... Die Grundlagen schaffen. Damit wir eben hier eine schöne Wohnung machen können. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Äh, ich denke mal, das wird am nächsten Morgen sein. Falls... Etwas Außerirdisches passiert. Seid ihr natürlich wieder mit dabei. So long, liebe Leute. Euer Onkel Klo. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ja. Das war's für heute.